Sollten Sie mich hören oder sehen, 11. Mai, 25. Mai, Rathausmarkt Hamburg, es geht um viel. Es geht nicht nur um uns, es geht um Europa und es ist für uns ganz viel. Europa muss sich bewegen, deswegen müssen wir uns bewegen. Also gehen Sie nicht nur wählen, sondern gehen Sie am 11. und 25. auf den Rathausmarkt und danach wählen Sie am 26. richtig für ein bewegtes Europa.